Vielleicht sollte ich da hinten nochmal gucken gehen. Oh! Ich, dass ich wieder nicht treffe. Sehr gut. Ich glaube, Hundi geht's nicht so gut. Ah ja, okay. Oh! Ich hab einfach nur aufgemacht. Okay. Ich schätze mal, ich muss noch so ein Ding rein. Dann hole ich mal den einen Würfel da wieder zurück. Guck mal her. Der muss da unten rein, Freunde. Äh. Da unten ist ja noch so ein... Und nun? Wir haben die Würfel, die wir zum Anwerfen der Kessel brauchen. Vergolden wir nicht noch mehr Zeit. Sollen wir das mal weitermachen? Wir behalten es hier ganz gut. Aber im Moment ist es hier die Schuze zu ziehen. Jetzt steigt es wieder, ne? Ihr erinnert euch doch sicher an... Ja. Ja schon. Es müssen doch noch mehr Würfel hier sein. Komisch. Was ist das denn? Oh, da rät. Ach, wow, wow. Mein wow, wow ist hinter mir. Ah. Die können wir noch mitnehmen. Wenn ich sie aufkriege. Ja, den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. War da nicht eine Tür, so eine schräge? Lass uns da mal reingehen. Hier. Da brauche ich wieder so einen Stein. Ach so. Wenn ich den hier oben mal kurz rausnehme. Geht mal her. Hallo, ich habe Bock gedrückt. Ach, jetzt geht es nicht mehr. Es fehlen noch Steine oder täusche ich mich? Also Würfel. Nicht Steine, sage mal nicht Würfel. Wie lautet denn das Rätsel? Ich stelle die Dampfzufuhr wieder her. Gemeinsamen Weg finden. Hm. Hier sind vier Würfel drin. Sechs passen rein. Fünf haben wir nur. Und er sagt, fünf reichen, um das Ding zu aktivieren. Und wenn ich... Ja. Vielleicht sollte ich diese vier hier nehmen. Habe ich gesehen. Na klar, der Hund. Der Hund ist gleich tot. Wenn er nicht sofort wegkommt, ist der Hund gleich... Oder der Centurius tot. Geil. Tschüss. Schön weggeschmissen. Boah, der Hund lebt noch. Und sehe nach, ob der Leseraum wieder Dampf hat. Falls ja, sollte es einfach sein, um das Buch zu kaufen. Mhm. Ich komme natürlich mit. Mal speichern. Ich glaube, meine Platte ist bald voll. Heute nehmen wir mal ein paar mehr Folgen auf. Habe ich beschlossen? Ich gehe zuerst hoch. Tschüss. Bleibt halt unten. Ah ja. Wo ist der Schneelott? Es ist noch nicht los. Der Dampf. Jetzt dürfte es ein reines Kitter spüren. Endlich. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens. Bitte. Nach euch. Nach euch. Ja, mich zum Beispiel. Nun gut. Verbriefter Scharfsinn. Ja, super. Lerne das verborgene Wissen des Buches verbriefter Scharfsinn. Habe ich versprochen. Ja, wunderbar. Es entblättert sich. Soll ich einfach durchspazieren? Wenn es passt. Es passt. Das ist für ein kurioser Ort. Höh. Ähm. Oh. Äh. Lass mich raus. Lass mich raus. Oh. Okay. Ich habe hier schon lange nichts mehr getrunken. So. Das war ein bisschen knapp. Hör mal. Hermes. Lass das. Lass. Diese Orte sind echt merkwürdig. Kapitel 2. Hier kriegst du einen Tunnelblick. Boah, wie krass. Boah, wie krass. Okay. Okay, der hat mich auch gesehen. Ich muss aufpassen, dass der Wächter mich nicht so fertig macht. Erstmal die Sucher. Konzentrieren auf den einen Sucher. Äh, der Wächter ist neben mir. Da ist ja noch einer. So, du erstmal nicht. Ja, schön. Solltest du mal zum Zahnarzt, Junge. Au. Sowas. Wo sind die anderen? Ist weg. Die Sucher sind weg. Vielleicht haben sie etwas gefunden. Puh. Schlachter für Schuppen, nehmen wir mit, ausnahmsweise. Okay. Da ist noch ein Tisch oder sowas. Die Legs kamen durch der Speicher. Okay. Okay. Buchtet Dädra. Ich sollte sie mitnehmen, aber... Nein. Ich bin schon fast überladen. Schöner Ort. Zwei. Warum bin ich grün? Fünf. Nix klar. Warum leuchtet ich grün? Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zu einer neuen Aufnahme Let's Play Skyrim Special Edition. Ich muss leider mich gleich entschuldigen, denn die letzte Aufnahme ist ein bisschen abgehackt gewesen, weil ich nun... Die Aufnahme war fertig. Ich war eigentlich noch nicht fertig, aber die Aufnahme war schon fertig und deswegen haben wir jetzt einiges nicht gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Ich bin total raus. Ich weiß gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. Das ist zum Beispiel noch nicht geöffnet. Auch die Bücher werde ich jetzt nicht mal alle mitnehmen, weil wir eh schon viel in der Tasche haben. Wir gehen zu Kapitel 3 über. Wir waren auf jeden Fall hier drin, das weiß ich noch. Äh, oh, das war schwer. Das... Ich vermute mal, das habt ihr noch nicht gesehen. Da. Moment. Okay. Ich habe neulich so viele gesehen. Das ist nicht der Einzige. Was läuft denn da oben? Oh. Wow. Ich dachte, die... sind immer sichtbar. Also, um ehrlich zu sein, dachte ich, hier wären vier. Speichern. Ich darf heute auch nicht zu lange aufnehmen. Ich will quasi das Buch noch schaffen, das mit Nelot vielleicht, weil sie nur weit wie kommen. Okay. Aha. Ach so. Mal gucken, was das ist. Du Glühle. Wie schön er abrollt. Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Hm. Nimm mal mit. Der Monomythos. Wasseratmung. Habe ich das schon? Keine Ahnung. Geht's da hin? Komm ich da hoch? Ausprobieren. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hä? Hallo. Äh. Hoch. Hoch. Ich glaube, das bringt nichts. Oh. Ich lad noch mal. Okay. Okay. Was ist das denn? Nichts. Das ist besonders interessant. Ach, das ist wieder so ein komischer Raum. Da. Habt ihr das gesehen? Ich schon. Ich dachte schon, der fällt runter. Gut. Nun, wo bewegt sie sich hier noch was? Da, ne? Die müssen noch ein bisschen warten. Und ich muss gleich auch noch ein bisschen warten. Die Sucher sieht man auch gar nicht. Das ist mal dieses Tückische. Okay, wie machen wir das denn jetzt am besten? Habe ich eigentlich eine Karte? Nö. Mal komm mal rüber. Ne, laut wartet auf uns. Wir müssen das hier schaffen. Und ich wollte nicht zu lange aufnehmen. Mal gucken, wie lang es noch geht. Ich glaube, das will ich noch nicht machen. Ich glaube, ich will erst mal zurück. Da ist ein Sucher. Hm. Na komm, wir gehen erst mal hier lang. Wir hätten zwar auch rechts lang können, aber... Ich weiß ja im Prinzip gar nicht, wo ich hin muss. Da kann ich genauso gut auch hier zuerst lang gehen. Boah, 500 Gold. Hm. Wo? Ich hoffe, das ist der Einzige. Oh. Ich kann mich doch nicht immer bewegen. Immer auf einen konzentrieren. Tschüss. Komme ich da... Wie komme ich denn wieder hoch, wenn ich hier runterfalle? Wahrscheinlich gar nicht. Was zum... Mhm. Geist der Daedra. Mitnehmen. Hm. Ach hier. Glaube ich. Ja. Ja. Habe ich die Bettlaken eigentlich aufgehoben? Ne, ne? Ich habe die drei Dinger da gar nicht aufgehoben. Wo waren die denn? Diese drei Nachthemden. Eins. Mhm. Zwei. Wo war das dort? Bitte. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Ähm. Ach, die haben glaube ich eh nur Bücher. Naja, komm. Ja. Ja. Vielen Dank.